Moin Leute und herzlich willkommen zu einer wundervollen Neufolk von Contra Rent Police. Schön, dass ihr eigentlich gehört. Wir haben eine Intervationsmission. Wir haben einen Tipp über einen ungewöhnlichen Schmuggelkanzler bekommen. What? Die Schmuggel vergruben die Kisten auf Arrikas Hahn. Breedhof, wirst du helfen, die Schmuggelware abzufangen? Seid dort, bevor die Zeit abläuft. Ach so, oh. Finde heraus, wo die Schmuggelware versteckt ist. Benutze eine Schaufel, um sie auszugreifen. Nimm dich vor den Schmuggelbehandel. Sie hängen vielleicht irgendwo herum. Ja, garantiert. Haben wir eine Schaufel? Bestimmt. Wenn nicht, müssen wir eine kaufen. Das ist natürlich ein Problem mit der Zeit. Eine Schaufel. Viele Munition haben wir ja nicht mehr. Sind es 10 Schuss oder 10 Magazin? Ich glaube, es sind 10 Magazine. So ist das dann offen. Ja, das lassen wir alles mal hier. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber die Schaufel nehmen wir mit. So, okay. So, ihr bleibt hier, ne? Nicht schauen. Ja, 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 blablabla. So, wo müssen wir denn hin? Friedhof einmal quer durch. Oder außenrum. Sind wir denn jetzt eigentlich schon mal gefahren? Oh. Oh. Heilige Scheiße. Der ist irgendwie schnell, aber irgendwie auch nicht. Oh, der Baum liegt immer noch da unten. Eigentlich ganz praktisch, wenn wir eine Verfolgungsjagd haben und da fällt einer mal da rein. Das wird ein lustiges Ende. Ich weiß nicht. Der fährt sich nicht schlecht, aber irgendwie... Ei, ei, ei. Er starkes Übersteuern und dann fast Untersteuern. Also irgendwie ganz komisches Lenken. Ah, ich glaube, wir sind da. Haben sie uns gesehen? Ja, bestimmt. Was ist das jetzt? Officer verletzt, Officer verletzt. Ich brauche Bestärkung. Ich glaube, wir sind da. hallelujah eigentlich wenn ich keine munition was war denn das jetzt mit diesen mücken da fängt schon gleich an zu jucken was war denn das es ist eigentlich mit der mission es ist denn jetzt los diese mücken da wird mir ganz anders ich habe so das gefühl dadurch dass wir den schützen da drin getötet haben der auf uns geschossen hat ich glaube genau in dem moment ist das passiert da ist sind die da habe gespawnt wahrscheinlich weil die zu weit weg waren oder so keine ahnung und ich glaube dann gab es ein überfall zufälligerweise an dieser stelle also ganz 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 komische geschichte das ist jetzt ein bisschen schade weil es hätte wahrscheinlich gutes geld gegeben wenn wir die drogen gefunden hätten ich weiß nicht ob wir dann jetzt die mission nochmal machen müssen oder ob das jetzt abgeschlossen ist ich finde das mit dem baumstamm so interessant dass der einfach nicht diesbunt das spiel merkt sich da habe ich einen baumstamm hingelegt und der nervt ihn und der bleibt so lange da liegen bis der mal mit einer axt vorbeikommt und weißt du was ich bin am längeren hebel ich komme nicht mit der axt ich komme auch so da dran vorbei aus dem weg hast du deine waschen ja halt ein paar meter zurück du trottel so ich meine lieben freunde bin am längeren hebel ist einfach so wenn ich entscheide den baum nicht wegzumachen dann liegt der da noch drei jahre ganz einfach da soll halt einer mit einer axt vorbeikommen aber ich bin es nicht nee nee ich werde hier schön meine arbeit machen einmal reparieren gegen so einen blöden baum gefahren ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich alles geschafft habe aber ich lebe das muss reichen ich bin gespannt was jetzt passiert ist das so ein abkitzelung für kovid was ist denn novit ein packsystem okay warum bekommen manche menschen kein corona nennt man es dann novit oder was aha naja egal so also die krankheit selber gibt es nicht so impfausweis oh novit 78 geimpfte personen dürfen ins land einreisen also müssen sie bei der impfung mindestens zwei wochen begangen sind das auch noch ach gott kennzeichen kke dann ein fahrzeug so dass eine zerbrochene scheibe hat dann ein fahrzeug suchen das grau ist und ein fahrer der 37 ist und zeitungen auch noch das gesundheitsministerium bestätigte alle berichte über die steigenden zahlen mit novit 78 menschen wir alle erinnern uns an die pandemie vor drei jahren und die verwüstung die sie in unserem land eingerichtet hat wirklich dabei sind wir dank der arbeit von spitzenwissenschaftler aus acht stern im besitz eines verbesserten impfstoffes zu bekämpfen der krankheit die gerierung führt die pflicht zu besitz eines der impfausweis wieder ein aussage der gesundheit und das leben der bürger und bürgerinnen unseres landes hat die berührung beschlossen die diesjährigen spiele abzuschlagen auf den nächsten sitzen komitees wird ein neuer termin festgelegt muss ich eine maske tragen ach so wie wie alt muss der jetzt sein 37 ok 44er baujahr so da haben wir ja voll viel zeug zu beachten also dieses kke so also impf ausweis nur wird 78 arti oder genau zwei wochen mindestens ich hoffe dass wirklich die tage gemeint sind und nicht die monate oder so also 15 april während dem nach auf jeden fall zwei wochen das passt dann dann arti oder 9 2 g in 357 frau november siebte mal nicht mehr lange mikro mikros 26 idee das passt 990 kilo und das kennzeichnen b b b 0 7 0 9 i e das passt gute arbeit gut also kke und grau der ist nicht grau hat nicht das kennzeichen kke und hat auch keine defekten scheiben stoßstange scheinwerfer sind an reifen sind ok schau mal gleich noch schau mal gleich noch ok Acht Ölfässer. Das sind aber neun. Für Mar... Murat Okton. April 23. Äh... Ja... Das zählt halt leider auch schon nicht mehr. Weil zwei Wochen, ne? Marath Oktan AG... J-A-70-G... 39er Baujahr... Juni... November. Arztamt 72. Ist das ein Arztamt 72? Nö. Das stimmt ja gar nix. Das Bild passt. So, und der kauft... Der würde Zeug gerne kaufen. Wollen wir ihn nach Hause schicken? Schauen wir mal. Das würde alles keinen Gewinn bringen. Waschpulver. Zumindest der eine Beutel. Zumindest der eine Beutel. Was interessant ist... Dass der Kaffee verkauft. Relativ günstig, oder? Ich mein... 10 Dollar... Scheint mir... Ziemlich günstig. Ah... Mir war Spulverkauf der nicht. So... Er hat mich auch gefreut, aber... Ähm... Nein. Er ist gehandelt, dann geschmissen. So, nächster. Tschüss. Oh. Krass. Oh, der ist aber schon weit weg hier. Und zwar mal mit dem Auto, wo wir so unglaublich gut fahren können. Aber mit dem kriegen wir halt auch ihn gut, weil der... Die ist halt doch einen Tick schneller, der Wagen. Och. Ich will schießen. Ich will schießen. Aussteigen. Dreck so. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Mal gucken, gell. Was der wohl zu verbergen hatte? Menno. Das war ein Trottel. Oh. Oh. Fuck. Wir haben alle schon Maschinengewehre, ey. Ich glaub wir brauchen jetzt auch mal Maschinengewehre. Das war ein Trottel. Oh. 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 Da ist er. Och Menno. Ja, das hat bestimmt nur ein paar Zentimeter gefehlt, oder? So, mal gucken, ob... Ach, guck mal! Das war der eine mit dem Kennzeichen. Das können wir uns merken, ja. Also wenn wir sehen, ah, der hat das Kennzeichen, dann gleich, zack, zack. Nächste ist zum Beispiel grün, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Reifen, okay. Stuhlstange, Scheinwerfer, gut. Spiegel dran. Gummisch, plötzlich sind alle Autos nicht mehr so problematisch. Was habt ihr denn heute mit eurem Ausweis? Oh, was verkaufen wir denn? Oh, guck mal hier. Haben wir nicht... Warte mal, ihr habt, glaube ich, noch... Ich glaube, wir haben die Zigaretten sehr teuer gekauft. Sehr teuer. Aber die Kartoffeln für 10 Dollar scheinen günstig zu sein, oder? Was meint ihr? Ja, was meint ihr? Purer Wodka. Klingt auch günstig. So. Okay. Bist du geimpft? Tschau, gub... Äh, saui. Ähm. Februar. Oder... Krass. Ist eigentlich... Achso, er ist ja gegen Poli geimpft. Ich wollte gerade sagen. Eigentlich krass, ne? Ähm. Dieses... Nur wird es erst vor ein paar Tagen ausgebrochen und Katastrophe und so. Und jetzt müssen aber alle geimpft sein. Ja, das ist halt die falsche Impfung, ne? Gut. So, ähm. Januar 81. Ja, das... Aussehen. Ja, das passt schon. So, passt nun mal. Name passen... Ja, Name hier. Fahrzeugschein. Passt auch nicht. Fahrzeugschein. Ähm. Fahrzeugschein. Fahrzeugtyp, Kennzeichnummer, Fahrzeuggewicht, Passnummer. Ja, ist ja dann ein Name, oder? Irgendwas stimmt mit seinem Namen auf jeden Fall nicht. So. Er hat Hühnchen geladen. Okay. Kofferraum. Geil. Allein dafür sollte man ihn reinlassen. So, dann schauen wir mal. Also, zwei Hühner im Kofferraum passt. Das passt, okay. Ach, du Scheiße. Das muss doch stinken. Aber irgendwie auch süß. So, ähm. Lenkt mich nicht ab. Kennzeichen. Passnummer. Hm, 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 hm. Da passt der Name. Oktober. So, ach ja, Kennzeichen. ETT 7160TP. So. Wir sind fertig und leider... Leider verweigert. Ja. Du bist nicht geimpft. Und noch so ein paar andere Sachen. So, ist das grau? Ich würde schon fast sagen, ja, ne? Mei, was habt ihr heute mit euren Dokumenten? Aroskoprop-Shamana, Atmatur. Ja. So. Den machen wir beim nächsten Video erst. Und so. Bis dann.